Sie haben uns ein schönes Glasbild mitgebracht. Was können Sie uns denn dazu sagen? Das handelt sich hierbei um eine Lithophanie, also ein Dosscheinbild. Und stammt aus Steinschönau. Das ist die Hochburg des Böhmischen Glases. Meine Großtante hat bei einem Glasfabrikanten, Wenzel Zilek, als Sekretärin gearbeitet. Und sie hat 1925 zu ihrer Hochzeit dieses Bild von diesem Wenzel Zilek geschenkt bekommen. Anschließend ist sie mit ihrem Mann nach Bayern gezogen. Und somit ist das also auch aus dem Soldatenland rausgekommen. Und soweit wie ich erfahren habe, hat der Wenzel Zilek bis zu 10.000 Stücke gehabt. Aber nicht nur Lithophanien, sondern auch Gläser, Pokale, die größtenteils im Wirren des Krieges verloren gegangen sind. Also als großer Sammler bekannt. Ja, als großer Sammler. Und Sie haben es dann von Ihrer Tante bekommen? Meine Tante, also Großtante, die hat mir das mit 18 Jahren geschenkt, weil ich als Glaskraveur ausgebildet bin. Ah. Mein 1. Beruf. Und ich somit auch den Wert dieses Lithophanie schätzen könnte. Wo hatten Sie denn Ihre Ausbildung als Glaskraveur? In Hadamar. In Hadamar. Wunderbar, dann sind Sie ja vom Fach und können uns wahrscheinlich auch direkt etwas zu der Technik sagen, in der das gemacht wird. Ja, das ist also eine farbige Lithophanie, die relativ selten ist. Meistens sind die Lithophanien in blau oder in rot. Genau, blau sehen wir hier ganz schön auf der Rückseite. Ja, hier sieht man es sehr schön. Das sind also eine Überfangscheibe. Und da sind also auf einem klaren Glasträger ist dann ein ganz leichter blauer oder roter Überzug drauf gemacht. Die Schwierigkeit bei der Arbeit ist, dass der Glaskraveur von beiden Seiten, bei rot und bei blau, etwas wegschleift. Und das zusammengesetzt ergibt dieses Gesamtbild. Ja, also muss ich noch mal verdeutlichen, es sind ja tatsächlich zwei Scheiben. Zwei Scheiben, ja. Also die auch nicht, die sind nur durch das Blei miteinander verbunden. So ist es, genau. Das ist natürlich, so etwas habe ich selber noch nie in der Hand gehabt, weil das Übliche ist ja eine Scheibe mit verschiedenen Farbschichten. Wenn ich dann da reinschneide, dann trage ich Farbschichten ab, dann kommen die anderen zutage. Aber hier, auf der Seite sieht es ja aus wie eine blaue Madonna und auf dieser wie eine rote. Und das ist eben durch diese zwei Farbscheiben erzeugt. Und vor allem, es steht dadurch so eine unglaubliche Tiefe. Man sieht das vielleicht so ein bisschen, wenn man das so schräg sieht, dass das Gesicht quasi hinter dieser Scheibe zu schweben scheint. Das Ganze gibt ja auch so einen, ja, als Kunsthistoriker gibt es den Begriff des Sfumato, nicht? Also dieses ganz weiche, diese ganz weiche Darstellung. Ja, man muss wirklich sagen, durch das Zusammenspiel dieser beiden Scheiben bekommt das wirklich eine ganz andere Wirkung, als man das sonst von Lithophanien kennt. Das ist schon sehr beeindruckend. Also Lithophanie muss man vielleicht noch kurz erklären. Lithos, griechisch der Stein und Phanie, also so durchscheinend. Eigentlich ein Begriff aus der Porzellankunst. Kennen wir eigentlich anfänglich aus der Porzellankunst. Das sind ja dünne, durchscheinende Porzellanplatten, die dann ein Relief erhalten, um es ganz simpel auszudrücken. Und wenn Licht durchscheint, entfalten sie dann wirklich so ihre ganze schöne Pracht und Optik. Und in der Tat kennt man ja den Künstler, der solches produziert hat, vor allem dadurch, dass es eben diese Doppelscheibentechnik ist. Das gab es im Grunde nur einen, der das gemacht hat, nämlich Karl Pohl. Das ist der Großmeister dieser Technik. Und Sie finden ja auch, wenn Sie im Museum von Steinschönau sind, finden Sie ja viele seiner Arbeiten durchaus. Und Sie haben es zu Hause auch aufgestellt, oder? Ja, wir hatten es eine Zeit lang im Fenster hängen. Und das war mir aber in letzter Zeit etwas zu gefährlich. Das hat Ihnen gefallen. Also ich würde Ihnen erzählen, dass das... Also Sie haben beide Freude dran. Ja, das ist doch toll. Weil eben gerade auch das Blei, das ist alles noch original. Aus Schätze 1890, die Gefahr, dass was passiert, war mir zu groß, weil es ja doch etwas... Also um 1890 und dann in diesem Zustand, das ist schon ziemlich sensationell. Und dann noch diese sehr klare Zuschreibung. Was würdest du denn denken? Also das kann man sicherlich Karl Pohl zuschreiben. Und auch die Lithophanie kann man ja selber auch so um 1875 datieren. Und die Bleiumrandung ist dann, wie Sie schon sagten, später dazugekommen. Zum Preis würde ich sagen, die kommen wirklich selten vor. Ich wäre hier auch etwas vorsichtig für den Preis festsetzen, so zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Und ich könnte mir vorstellen, dass da Sammler auch bereit sind, dann bei einer Auktion wesentlich mehr zu bezahlen. Also halten Sie es in Ehren. Viel Vergnügen damit. Danke, dass Sie es uns gezeigt haben. Vielen Dank.